hallo meine liebe freunde ich ja dies ist kein guide video ich möchte was bekannt geben und zwar ich habe es letztes jahr schon angemerkt bei mir wird so sein ich werde ab ende august wahrscheinlich nicht mehr in der lage sein regelmäßig guide videos rauszubringen zu fischer online denn ja ich habe da noch normal zu arbeiten und ab september gehe ich auf die meisterabendschule und da ist es dann so dass ich dann unter der woche sowieso überhaupt keine zeit habe weil von montags bis donnerstags abends dann unterricht ist tagsüber arbeiten wie gewohnt also und ja da wird mir dann leider die zeit fehlen dementsprechende guide videos zu machen und mich halt eben mit dem spiel dementsprechend auseinander zu setzen und deswegen ich wollte euch hiermit mitteilen dass ab jetzt dann wenn das video habe ich vorher aufgenommen wahrscheinlich keine weiteren guide videos mehr von mir zu fischer online kommen eventuell wenn mal ferien sind ja und ich wollte euch auch hiermit mitteilen dass es schön wäre wenn ihr natürlich hier bei mir meinen kanal weiterhin abonniert lasst und ich werde auch zukünftig ab und zu mal aber halt nicht so wie jetzt gerade in aller regelmäßigkeit wo ich jede woche sonntags meistens ein video hochladen oder mehrere sogar es wird noch content geben jetzt wahrscheinlich nicht direkt zu fischer online vielleicht zu call of the wild angler oder andere simulations games und ja also content wird auf jeden fall kommen allerdings halt wesentlich weniger wie bisher denn ich arbeite ja nicht nur ich habe ja auch noch ein real life von einer freundin und deswegen hoffe ich dass ihr das nachsehen könnt und verständnis dafür habt ich kann anmerken dass die meisterabendschule zwei jahre lang geht das heißt also vor 20 24 bin ich da dann sowieso nicht fertig mit oder beziehungsweise 2024 wenn alles klappt ja und wie es dann aussieht muss ich dann gucken weil dann eben ja kommen andere verantwortung auf mich zu meinem meistertitel und ja deswegen ich wollte mich hier auch an der stelle bei euch allen recht herzlich bedanken für euren support dass ihr immer wieder kommentare geschrieben habt unter meine videos verbesserungen geschrieben habt oder tipps abgegeben habt das dürft ihr auch weiterhin gerne tun oder wenn ihr fragen habt stellt sie einfach unter das video ich werde dann natürlich gucken dass ich es dementsprechend beantwort natürlich wie mir die zeit reicht und ja an dieser stelle bedanke ich mich recht herzlich und wie gesagt weiterer content wird folgen jedoch nicht gezielt für fischer online weil mir dafür die zeit fehlt aber zu anderen games höchstwahrscheinlich ein angezockt video oder so allerdings halt eben in größeren abständen wie bisher in diesem sinne ende august habe ich nochmal zwei wochen urlaub da wird wahrscheinlich noch einiges rausgehauen werden von mir je nachdem und ja ich bedanke mich recht herzlich bei euch für euren support und ja dann bis zu den nächsten videos see ya